Karl Jung aus Rüdesheim ist neben seinen Sekten und Bränden für seine absolut alkoholfreien Weine bekannt. Dem fertigen Wein wird auf eine von Karl Jung entwickelten Methode im Nachhinein der Alkohol entzogen. Das Resultat? 0,0% Alkohol, aber der volle Geschmack der Rebsorte Riesling mit feinem süßen Säurespiel, feiner Frucht und einem saftigen Biss.